Ich heiße Eva Sauter. Ich bin die Sängerin der Band Uke Danke Tschüss und wir machen Einhornrock. Das ist eine verrückte Mischung aus Sinti und Heavy Metal Rock'n'Roll. Wir haben bei dem Kontext Deine Band mitgemacht und sind da glücklicherweise als Gewinner hervorgegangen. Wir dürfen jetzt zehn Songs schreiben für Deutschlernende auf der ganzen Welt, was unglaublich toll ist. Ich freue mich wirklich riesig. Es ist echt krass. Mein Name ist Nikolas Müller. Ich bin Musiker, Texter. Also ich schreibe Texte sowohl für meine eigene Band Jupiter Jones als auch für andere KünstlerInnen. Ich habe hier so ein bisschen die Aufgabe zugeteilt bekommen, tatsächlich mit der Band mit Uke Danke Tschüss an deren Texten zu arbeiten. Und das ist eine wahnsinnig spannende Aufgabe, die gar nicht so umfangreich ist, wie ich gedacht habe, weil die eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Hilfe brauchen. Eigentlich genau genommen brauchen die gar keine Hilfe. Das ist toll. Gute Band. Das Einzige, was wir haben, ist eine Liste von Themen. Das haben wir Bürokratie, Wohnungssuche und sowas. Dann benutze ich eben die Wörter aus diesem Themenbereich, irgendwas wie Miete oder Zimmer, Quadratmiete und baue mir damit eben ein Metaphernkonstrukt. Der Rahmen unseres Aufenthaltes ist ein riesiges, wunderschönes, knallrosa Boot. Das ist von Olli Schulz und Finn Kliemann. Und das ist ein Garten Eden der Musiker. Also es gibt hier alles, was man braucht. Wir haben Mate, wir haben Bier, wir haben ein unglaublich tolles Studio. Ich habe es noch nicht ganz realisiert. Also mein Kopf sagt schon immer wieder so ab und zu Eva, du wirst auf Welttournee gehen. Und das ist tatsächlich schon so ein Traum, den ich schon ewig hatte. Und da hoffe ich sehr, dass wir zwischen den Auftritten die Leute wirklich kennen können, mir einen Eindruck von der Kultur da machen können. Ich habe einen so großen Fisch gefangen. Der heißt Brockhaus und ist ein riesiger Wels. Und ich habe nicht gelogen, der ist so groß. Guckt euch das Vieh an. Kommt Brockhaus mit auf die Tour? Ja klar. Euro. Ja genau.